Und ihr fühlt euch auf die Zahl 1 später, viel, viel später, sehr, sehr wohl. Weck ich dich jetzt mit meinem Atem, ist der Körper schwer wie ein Zentner Blei, so schwer, dass es unmöglich ist, deinen Körper noch einmal vom Boden aufzurichten. Der Körper, er klebt förmlich am Boden fest, sobald mein Atem dich weckt. Weck ich dich, ist der Körper wie angewurzelt und angenagelt am Boden, sobald mein Atem dich weckt. Und jetzt klebt der Körper förmlich am Boden fest, schon jetzt spürst du, wie der ganze Körper mehr und mehr an Schere gewinnt, du deine Augen schon nicht mehr öffnen kannst und der Kopf wie am Boden festgeklebt ist, sobald ich dich wecke. Der ganze Körper ist schwer wie ein Zentner Blei, sobald mein Atem nicht weckt. Also hier ist auf der Wacke mal, wenn man las in ihr Gesicht ist. Hallo, ist gut? Das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade. Das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade. Ja, der hat sich erst mal zugenommen jetzt. Ich schlafe noch eine Runde. Der Körper schwerst hat er erst mal zugenommen, ne? Er will mich graag afnehmen, aber er ist nicht schwerer geworden, weil er kann immer nicht mehr aufstehen. Weck ich dich in meinem Atem, ist der Körper schwiegend wie ein Zentner Blei und du weißt nicht immer warum du dort liegst, wie du dort hinkommst. Der Körper wie angewurzelt und angenagelt am Boden, sobald mein Atem nicht weckt. Das macht dich wakker, weil ihr so schade ist, wenn ihr habt, 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 wenn ihr habt. Müde? Ja, echt. Ich fühl mich wirklich...